Moin moin, schönen guten Abend liebe Gartenfreunde. Wenn ihr gespannt seid, was es mit der Instandsetzung der Hochbeetfläche hinter mir, der Reparatur und Sturmsichermachung des Gewächshauses sowie der Rasenfläche, die ihr neben mir seht, auf der wir eine Terrasse bauen wollen aus Holz. Wenn ihr gespannt seid, was es damit alles auf sich hat, dann schaltet gerne in den nächsten Monaten und Wochen wieder die Videos ein von Freizeitidyll am See. Wir freuen uns, wenn ihr die Projekte begleitet und eventuell auch über Feedback wie Däumchen oder Kommentare hinterlasst. Und auf jeden Fall wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Tschüssi!